Willkommen zurück zu Tekken 5, ähm, 6 mal nicht. Ich sag schon immer Tekken 5, weil ich es so oft gemacht habe, aber jetzt kommt mal Tekken 6 mal dran. Zeitangriff, mach ich mal. Hab ich in Tekken 5 eigentlich auch noch nicht gemacht, oder? Ne, hab ich nichts. Na gut, mach ich halt bei Tekken 6, weil... Tekken 6 hat da so gut wie keine Videos bei mir gehabt. Und mach halt dann alles. Ist ja auch egal. Ha! Ah, den Gangriff gibt's auch da. Und Tekken 7 nichts. Da gibt's ja nur die, praktisch die Siegerin. Einfach. Okay, ich muss mich mal wissen, wer ein. Muss mal zur Schneewebe gewinnen hier. Möglichst keine Niederlage auch, ne? Okay, keine Gnadeheize machen, was ich. Ah, wurde Konon. Na ja, da hat's so. Wurde unten. Dreht noch. Da hab ich so schnell gedrückt, die... Dreik-Taste. Ähm, Kreistaste, meine ich. Letzter Tritt ist ja die, Kreistaste. Oh, keinen Schlag. Den hab ich ja schon gedrückt. Okay, bike. Ja, ja. Gleich ist vorbei, keine Sache. Ah, okay. Kann gar nicht treffen, okay? Oh, ich kann gar nicht machen. Ah ja. Ah, kann auch so treffen, okay. Ah. Ah, das ist ein bisschen unrechtlich, die, die, Asuka, vulkanig am Boden treffen. Oder schlagen, nein, ne? Das ist ja nur unsere Mittel praktisch. Ah, geht nicht ganz am Boden. Niemals jetzt. Ah, das hat die Hitbox, die da schlecht so schlecht gemacht ist. Ah. Der KZ-Taste diesmal. Gleich geschlagen. Ja, so kann. Macht sich lustig wieder. Ah, die wir da ein bisschen gelassen und gelangweilt, weil ich sie schon zu oft gemacht hatte in Tänken. Okay, da ist alles kriegig. Und Rink hat damals der Schutz. Aber nicht gefallen. Nicht zu spät, bitte. Ah ja. Erstmal muss ich alles schaffen. Okay, erst auch noch kein Problem. Okay, eine Minute habe ich schon versucht. Mein Rekord ist acht Minuten. Ah, Mist. Der hat mich ganz schön ins Spielzeit genommen. Das war schon lange hier, wo ich das gemacht habe. Keine Ahnung, 2010 oder was, ne? Das war schon ewig, ja. Ah. Nächster Schlag war ja wichtig. Ah ja, komm weg. Oh, Schaden macht das ja auch. Ah, kann schaden. Ah. Perfekt wenigstens. Und man kriegt da auch ganz schön wie wenig Geld. Ja, bei Tekken 7. Ja, am meisten überhaupt willst man bei Tekken Tag Tournament 2. Na gut, es sind auch die meisten Kämpfer da. Wenn man alle, von allen alles haben will, braucht man schon sehr viel. Dann muss man alles neu kaufen für jeden einzelnen Partner. Auch wenn es viele Sachen die gleich sind. Ah, Mist. Aua, tut weh. Bauchschmerzen. Okay, ich darf nicht verlieren. Sondern es ist ungünstig. Oh, das war nicht gut. Nein, ich habe gesagt, nicht gewinnen. Scheiße, bin ich schon unter der Zeit fast. Ah. Oh, bei der Kurs ist die Strecke hatte ich auch da. Oh, nächster. Kannst du vergessen. Puh, war es ganz verloren. Das darf nicht passieren. Sonst bin ich mit meiner Zielkehrenzeit da. Ich lege noch immer gut in der Zeit, aber ich muss ja noch alle bis sie gehen. Ah, Mist. Nein! Ah! Ich habe es auch gewusst. Über eine Minute. Verpasst. 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 Warum muss es neu laden? Das muss bei Tekken 5 auch nicht. Ah ja. Es ist nicht Tekken 5. Es ist die schlechte Tekken 6. Ah, ich sage es noch einmal. Tekken 6 ist das schlechteste Kapsschwil von der Bautz. Ah, von Tekken 5, ne? Es geht ja noch schlechter als Tekken 6. Geht es. Ist ja kein Problem. Ah, Warte, er ist auch schlecht gemacht. Bodenlos schlecht gemacht. Sogar fast schlechter als bei Tekken 4. Ich habe es schon auch gesagt, aber es ist auch so. Ach, die fahren ja nichts mehr andersrum. Ach, wollte ich gar nicht machen. Oh nein! Ach, schon schlimm genug, dass sie einmal ganz gerne hat, okay. Was ist das denn noch nicht machen? Die Uhr nervt ein bisschen. Ja, das war's. Sieh sehr viel auf die letzten Schräge. Das hat mir sehr viel Zeit gekostet als mehr. Mir ist viel Zeit. Oh, noch immer 81,4%. Sieg ist, Charles. Oh? Fein. Mach noch weiter, ja. Bei was denn? Das, ne? Oh, das ist stark. Extrem starker Lassala. Ah, klar! Jetzt sieht man schon, dass der ein bisschen nur auf Priorität ist, ne? Ja, sonst ist der den, ähm... den, ähm... Käufern gleich unten durch, wenn er keinen guten Auftritt hat, und mich besiegt. Scheiße, lass. Der ist stark. Der Hero, Alter, ist das. Ein Tag und Tag, der ist auch ziemlich gut. Ah, na, den ist nicht nur luftig, hast du kaum weg. Das war ein Fehler. Nächster. Ich deine, äh... die Krägerungriffe kannst du dir ja abschwenken. Gut, dann, den macht er auch noch schnell. Sonst geht's dir gut, lass. Ja gut, der macht's immer schnell, ne? Aber bei Tegen-Tag-Tournament 2 hat er das, ähm... recht zu lange gebraucht, ist das ja. Der macht's ja dann locker, ne? Sonst noch Wünsche. Aua. Ist nicht kurz. Oh, noch Glück gehabt's. Uhuhuhuhu. Ah, Lars war ja noch gefährlicher als Julia praktisch. Oh, ja, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass der... dass ich treffe nichts. Okay, wer darf der Nächste sein? schon einen Gegner, oder nicht? Ja, extra sehr. Den Stand machen die auch noch. Bei den Zahlenbonus auch, natürlich, ne? Ich bin nur mit der Garsch. Was? Was? Mach da schon. War zu viel Zeit ab? Ach, das war zu ihr Arme. Ich hätte mich einfach schnell töten lassen können. Weil du brauchst eh zu viel Zeit, ne? Ah ja, Schinkas aber. Oh, was ist das Problem dann? Na, brauche ich ja nicht sagen. Ich habe ja schon ein paar Arkes gesetzt. Aber ich mache das jetzt eben gar nichts. Dass er da groß ist. Ah, an die Beine. Mit dir. Oh, das ist doch kein Kämpfer. Der, die legendäre Kreatur Ah, tatsächlich Der da Nur Stärkerts, Turbion und so alle Angeblich, ne? Aber wohl, er doch besiegt, ne? Doch nicht so legendär Aua, zu mir Ah, herr, die war sauerndes Ja, hohohoho, das war jetzt gut Weil die Hitspunks ist da so groß, ne? Aber der so groß ist, der Also ist er noch größer als alle Anderen Kindergarten Aber da ist er auch ein bisschen entfernt Mit der Hitspunks ist auch noch Fernelehrung so groß Kannst du vergessen? Ah Press mich die auf Aua Was ist das für ein Anderen? Ah, das macht Blockchart nicht Nichts Der ist so ein Wehr Aua, zu weh Ah, das macht noch Räume Ich dachte, der tut's Nicht schlagen nochmal Nein, was mach ich da für Blösen? Aua, nein Okay, aber fast geschafft Mein erstes Mal gleich Äh, wie, wie ist die Zeit? Hab ich nicht darauf geschaut? Ah, ja, ich war schon Mach eine Bist du nicht, dass du gegen mich kämpfst? Ich glaube schon, ne? Ah, ich bin jetzt schon drüber Okay, ich schaff's nicht mehr Außer bis in ein paar Sekunden, aber Kann ich vergessen Ah Nicht geschafft, die in den Rekord zu bringen Was? Ich hab' abgehört eigentlich Na, natürlich Ja, die anderen Runde ist ja dann noch rumfällig dran, ne? Ich kämpfe dann noch rumfällig Hm Na klar Kannst mich gar nicht so treffen Ah, natürlich zieh' ich jetzt nix ab Weil es ja kein Blockschaden ist Bei denen aber schon Ah Das ist Mist Okay, ich hab's nicht geschafft Ja, ich hab' ja einmal gegen Miss Julia verloren Fast mit Gegen Lars auch noch Ah, ja Mach eine Sie natürlich als Niederlagen, ne? So, ne So viel sich Niederlagen Darf man eigentlich nicht gezogen Mach so viel Zeit ab Oh, Glück Ah, dann bin ich getroffen richtig, ne? Au Ach, Mist Ah, Mist Ah, sieh' dann, sieh' nicht mehr ab Ah, sieh' dann sowas ab Okay Äh, ich hab' das größte, wenn ich das Ich hab' das gemacht Das hat am Boden auch noch zurücktrifft, ne? Da Vorhin hab' ich ja auch mal geschafft In der Loft, aber Dass er am Boden ist, noch trifft Das hat ziemlich hoher Angriff auch, ne? Ähm Okay Kein Renauerrikade, oder? Okay Es geht ab Ähm Neun Minuten und 23 Sekunden Ah, ja Unter acht Minuten hab' ich's nicht geschafft Eine Minute zu lang Na gut, dann vielleicht bis zum nächsten Mal Ciao Ciao